Hallo zusammen, schön, dass du wieder zu einem neuen Video aus der Lumina Neo Beta eingeschaltet hast. Mein Name ist Björn und ganz traditionell aus den Betas möchte ich dir heute mal ein Milchstraßenfoto vorstellen. Warum traditionell? Nun, ich habe das in Lumina AI gemacht, ich habe das in Lumina 4 gemacht und auch in Lumina 3, dass ich in der entsprechenden Beta versuche mit den Filtern, die ich hier schon zur Verfügung habe oder mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe, die Milchstraße zu bearbeiten. Wie das Ganze am Ende aussieht, weiß ich jetzt auch noch nicht, es ist nicht gescriptet. Wir gucken uns das Ganze mal an und schauen, wie das Ergebnis am Ende ausschaut. Ich hoffe, das Video ist wieder spannend und interessant für dich und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Kurze Info, falls sich meine Stimme heute etwas komisch anhört, das liegt einfach daran, dass ich extrem erkältet bin und fast ausschließlich durch die Nase spreche, also falls sich das in den Lautsprechern ein bisschen komisch anhört, liegt es einfach daran, dass ich extrem erkältet bin. Das Bild, was wir jetzt hier sehen, das ist vor ein paar Jahren auf Teneriffa entstanden. Wir gucken hier in Richtung Osten. Hier hinten, das was hier leuchtet, das ist Gran Canaria. Hier vorne, das sind kleine Ortschaften, die sich auf der Ostseite von Teneriffa befinden und hier sieht man schön das Zentrum der Milchstraße. Nun, wir haben jetzt hier auf der rechten Seite unsere Möglichkeiten. Das Erste, was ich machen möchte, ich möchte das Bild erstmal so ein bisschen zurechtschneiden, denn wir haben hier oben in dem Bereich meiner Meinung nach zu viel von Sternen, die ich hier gar nicht im Bild brauche. Also, wir schneiden das Bild ins 16 zu 9 Format, ziehen das Ganze hier runter und so sieht das Ganze schon eine ganze Ecke besser aus. Dann können wir nochmal gucken, ob wir es vielleicht begradigen müssen, ob das Begradigen gut aussieht. Ich würde sagen, das sieht nicht ganz so schön aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, es läuft jetzt so ein bisschen von links nach rechts oben. Also, dann setzen wir das einmal wieder kurz zurück. 16 zu 9, ziehen es runter und machen das Zuschneiden-Tool zu. Das Zuschneiden-Tool ist übrigens beabsichtigt nach ganz hier oben gewandert. Alle anderen Filter, die sich hier drunter befinden, die, sobald wir die anpassen, würde aus dem Entwickeln RAW ein ganz normales Entwickeln-Tool. Die Unterschiede zwischen dem werde ich nochmal in einem separaten Video vorstellen. Ich denke, das wird dann im entsprechenden Tool-Time-Video zum Filter, zum Tool entwickeln vorkommen. Das Erste, was ich jetzt natürlich machen möchte, ich möchte erstmal im Entwickeln-Filter ein paar Grundeinstellungen durchführen. Die Schatten möchte ich an dieser Stelle hier nicht aufhellen, sondern genau das Gegenteil. Ich möchte das Ganze abdunkeln. Und ihr seht schon, je weiter ich das jetzt nach links ziehe, umso besser lässt sich jetzt hier auch die Milchstraße schon erkennen. Hier können wir einen ziemlich deutlichen Wert nehmen. Ich habe jetzt hier mal minus 65 eingestellt. Bei den Lichtern, da müssen wir mal gucken, die könnten wir entweder aufhellen oder auch abdunkeln. Ich würde tatsächlich sagen, ganz klein bisschen aufhellen. Tut nicht schlecht dem Bild. Tut nicht schlecht dem Bild. Naja, tut dem Bild nicht schlecht. Und Kontrast wollen wir hier auch mal gucken. Und wenn wir hier Kontrast zugeben, da sehen wir auch, dass das Zentrum jetzt richtig schön zur Geltung kommt. Auch hier können wir mal ganz ordentlich was dazu geben. Hier so ein Wert um die 50 passt für das Bild hier sehr, sehr gut. Was die Belichtung angeht, hier würde ich eher, wenn überhaupt, ins Negative gehen. Also das Ganze etwas abdunkeln. Wenn überhaupt, hier vielleicht so ein Wert von minus 0,2 Blendenstufen. Können wir mal so stehen lassen. Und dann gucken wir mal das vorher, nachher uns an. Und das sieht schon mal ziemlich gut aus. Wir haben natürlich relativ viel Rauschen hier drin. Das liegt daran, das ist mit einer APS-C Kamera damals aufgenommen worden, mit der Sony Alpha 6300. Und da habe ich, glaube ich, 30 Sekunden belichtet. Und dadurch haben wir hier halt auch so ein bisschen Rauschen im Bild. Dann können wir mal gucken, was wir mit den Schwarz-Weiß-Tönen machen. Schwarz würde ich tatsächlich eher sagen, das dunkeln wir ebenfalls ab. So finde ich das nicht schlecht. Und die Weißtöne können wir im Gegenzug auch ein bisschen aufhellen. Hier brauchen wir allerdings nicht ganz so viel. Und auch damit holen wir die Milchstraße noch mal so ein bisschen hervor. Dann können wir mal gucken, ob wir jetzt noch mal zusätzlich zum intelligenten Kontrast hier in der Kurve vielleicht eine kleine Kontrastanpassung durchführen. Ich stelle mir mal hier so ein typisches S ein. Und dann schauen wir mal, ob das gut aussieht oder nicht. Was man hier vielleicht machen könnte, man könnte das Ganze hier so ein bisschen noch anpassen. Das wäre mir jetzt deutlich zu viel. Wir könnten den Schwarzwert hier so ein ganz kleines bisschen anschneiden. So finde ich das gar nicht mal so schlecht. Hier oben müssen wir noch mal gucken, ob wir das noch ein Stück nach unten zurückziehen. Die Lichter. Und so könnten wir das auch lassen. Farbe. Ob wir hier am Weißabgleich irgendwas machen sollten. Ich würde sagen, die Voreinstellung nicht. Wenn überhaupt, dann sollten wir das selbst hier in die Hand nehmen. Temperatur könnten wir vielleicht so ein bisschen in Richtung bläulich ziehen. Hier würde ich es nicht übertreiben. Und bei der Färbung hier würde ich sagen, können wir, wenn überhaupt, ganz minimal mal in Richtung Magenta ziehen. Das können wir ja später noch mal korrigieren, wenn es uns nicht gefällt. Sättigung und Dynamik lassen wir hier mal außen vor. Schärfen möchte ich das Bild auch nicht. Durch das Schärfen wird das Rauschen noch weiter verstärkt. Und wir bekommen auch hier, wo wir die Sterne sehen, noch mal zusätzliches Rauschen mit dazu. Rauschunterdrückung. Hier könnten wir die Luminanz mal hochziehen und gucken, ob was passiert. Ich würde sagen, dafür gehe ich mal in die 100%-Ansicht. Und dann gehen wir mal nach hier unten und gucken, gerade hier in dem Bereich kann man das ganz gut erkennen, was passiert, wenn ich das Luminanzrauschen mal auf einen maximalen Wert stelle. Und jetzt müssen wir einen Moment warten. Großartig, was verändert hat sich jetzt hier eigentlich nicht. Ich ziehe das Ganze noch mal zurück. Achten wir mal hier auf die Milchstraße. Doch in der Milchstraße sieht man das, glaube ich. Und auch hier kann man das ganz gut erkennen. Ich hoffe, dass ihr das am Bildschirm oder am Handy, wo ihr das schaut, auch erkennen könnt, dass wir tatsächlich Rauschen rausbekommen. Es ist natürlich nicht komplett weg, aber wir können tatsächlich hier mal einen Maximalwert von 100 stehen lassen. Farbe brauchen wir in dem Fall hier nicht. Das macht Lumina, beziehungsweise machen alle Bildbarbungsprogramme im Hintergrund automatisch das Farbrauschen rausnehmen. Das werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht erkennen können. Verstärken brauchen wir das Ganze auch nicht. Gehen mal wieder zurück in die Bildschirmansicht und die beiden Optionen Optik Auto-Korrektur und optische manuelle Korrektur. Die sind meiner Meinung nach aktuell nur Platzhalter. Hier, wenn ich hier einen Regler bewege, dann wird das Bild unscharf und es lässt sich dann nur durch das Zurücksetzen wieder scharf stellen. Ja, jetzt können wir schon mal das erste Mal schauen, wie sieht das Ganze denn jetzt vorher nachher aus. Durch unsere Grundentwicklung sind wir von diesem flauen Bild zu einem Bild gekommen, wo man die Milchstraße, das Zentrum doch schon sehr, sehr gut erkennt. Und wie ich auch schon in einem anderen Video gesagt habe, dass man tatsächlich, eigentlich, wenn man wirklich nur eine Entwicklung durchführen will, nur diesen einen Filter hier braucht, um seine Bilder schon mal zu entwickeln. Wenn wir jetzt natürlich noch mehr machen wollen, und das möchte ich jetzt hier auch tun, wir werden mal schauen, ob wir vielleicht über den Enhance AI noch ein bisschen was mit dem Bild machen können. Bei der Hervorhebung wissen wir ja aus dem Tooltime-Video zu Lumina AI, dass hier Sättigung, Dynamik, auch Kontrast, aber auch Klarheit, dass wir das hier ein bisschen mit anpassen können. Gucken wir uns das Ganze mal an. Nehmen wir mal einen Wert von 30 oder 40, was dann aus dem Bild wird. Ihr seht, das wird wieder aufgehellt. Und da muss ich tatsächlich sagen, auch wenn wir jetzt hier sehr, sehr schön das Zentrum noch mal eingeblendet bekommen oder besser gesagt angezeigt bekommen. Wenn ich den Filter ausmache, das sieht schon nicht schlecht aus. Das würde ich fast behaupten. Das können wir auch tatsächlich mal mit einem etwas niedrigeren Wert, nehmen wir mal 30 hier, so erst mal stehen lassen. Vielleicht müssen wir es später dann noch mal etwas abdunkeln, aber das werden wir jetzt im Verlauf des Bildes sehen. Hier unten haben wir so einen grünen Schimmer drin. Ich weiß leider nicht, wo der herkommt, ob das eine Reflexion irgendwie ist auf der Linse. Ich kriege sie auch nicht vernünftig raus, weil wenn ich jetzt über die Farben hergehen würde, würde grün entsättigen, dann verliere ich auch andere Bereiche, wo mir die Farben dann einfach abhanden kommen. Von daher muss ich mit diesem grünen Stich hier in diesem Bereich leben. Gradieren brauchen wir hier auch nicht. Staubflecken werden wir hier nicht sehen. Stromleitungen haben wir hier auch nicht drin. Von daher können wir jetzt mal in den Structure AI gehen. Und bei diesem Structure AI kann man sich überlegen, ob man den nicht vielleicht tatsächlich ins Negative zieht. Und ich möchte dir mal zeigen, was passiert, wenn wir das extrem ins Negative ziehen. sehen, es verschwinden einige Sterne. Gut, das Bild ist jetzt unscharf. Das dauert jetzt den Moment, bis ich jetzt die Maustaste loslasse. Nehmen wir mal einen Wert von minus 40. Es verschwinden jetzt einige Sterne, die hier eben gestört haben. Und wenn man sich das vorher noch mal anschaut, man sieht das jetzt deutlich mehr zu erkennen. Und so ist das nicht mehr so dominant im Bild, dass wir überall so kleine weiße Sterne haben. Gefällt mir persönlich etwas besser. Wir können das Ganze jetzt natürlich auch noch über eine Maske nur auf den Bereich außerhalb der Milchstraße anwenden. Dafür gehe ich jetzt hier auf das Radierenwerkzeug und male mir die Bereiche raus, wo ich das eben nicht drin haben möchte. Das wäre natürlich hier, wo das Zentrum zu sehen ist. Hier ist das Zentrum. Hier verläuft die Milchstraße dann aus dem Bild raus. Da möchte ich das natürlich auch nicht haben. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn ich das jetzt loslasse. Und dass wir jetzt hier an Struktur rausgenommen haben, kann man eigentlich gar nicht mehr so deutlich erkennen. Es ist auch in diesem Bild gar nicht so viel Struktur außerhalb im Zentrum der Milchstraße vorhanden. Hier unten vielleicht noch so ein bisschen. Aber dadurch, dass wir das ja jetzt auf den Bereich außerhalb der Milchstraße angewendet haben, finde ich, wirkt das eigentlich ganz gut. Auch hier können wir uns das vorher und nachher noch mal anschauen. Ich muss sagen, dass mir das hier mit dem Structure AI ins Negative sehr gut gefällt. Ja, was mir jetzt hier noch so ein bisschen zu extrem ins Auge sticht. Das ist natürlich hier unten diese kleine Ortschaft. Das Orange, das ist sehr, sehr mächtig hier im Vordergrund. Deshalb können wir mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier in das Tool Farbe gehe. Hier Farbstich entfernen, das würde ich nicht machen. Dadurch wird das Bild zwar wieder dunkel, aber wir verlieren auch so ein bisschen vom Milchstraßenzentrum. Das möchte ich so nicht. Dass wir jetzt hier so einen leichten Schleier, so einen Milchschleier drauf haben, das können wir anderweitig rausnehmen. Das machen wir später. Und ich würde jetzt erst mal hergehen und würde in die HSL-Einstellung wechseln und würde aus dem Farbton würde ich in die Luminanz wechseln. Würde hier mal gucken, was passiert, wenn ich Orange etwas dunkler mache. Hier muss ich aufpassen, du siehst hier, wenn ich das Orange zu sehr abdunkle, dann hat man hier so ganz, ganz unschöne Ränder. Das sieht nicht gut aus. Da müssen wir also sehr vorsichtig mit agieren, dass man das nicht so deutlich erkennt. Das hat so ein bisschen was mit dem Dynamikumfang hier zu tun. Die Alpha 6300 hatte zu dem Zeitpunkt nicht so einen hohen Dynamikumfang und dadurch kommen hier diese Treppenabstufungen zustande. Also Luminanz können wir hier ein bisschen runtersetzen. Ich würde sagen, nicht über den Wert von minus 20 hinaus. Und ob wir dann an der Sättigung jetzt auch noch etwas rausnehmen, können wir uns mal anschauen. Das soll natürlich auch nicht unrealistisch wirken. Also auch hier würde ich nicht über den Wert minus 20 für das Bild rausgehen. Und so ist es nicht mehr ganz so dominant hier im unteren Teil und lässt den Betrachter gleich als erstes mal auf diesen hellen Fleck hier unten gucken. Ja, dann können wir die Farbe wieder zumachen. Und das nächste, was ich jetzt machen möchte, ich möchte ein bisschen mit den Details spielen. Und mit den Details möchte ich auch hier wieder nur in der Milchstraße arbeiten. Das heißt, ich werde mal gucken, ob ich mir jetzt hier, hier kann ich es natürlich nicht machen. Ich muss in die Edits und muss jetzt natürlich hier über den Structure. Ah, ich sehe schon. Das ist in diesem Beta-Bild nicht vorhanden, dass ich Masken kopieren kann. Okay, das ist ärgerlich. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich hier in die Details gehen, muss hier ein paar Anpassungen vornehmen. Nehmen wir mal Moderatwerte, stellen wir mal alles auf 25 ein. Und dann holen wir uns hier wieder die Maske dazu. Können das vielleicht ein bisschen größer machen. Und hier möchte ich tatsächlich nur im Milchstraßenzentrum ein bisschen arbeiten, um noch ein wenig mehr Details hier rauszukitzeln. So in etwa. Jetzt gucken wir uns das Ganze noch mal an. Vorher, nachher. Und hier muss ich tatsächlich sagen, das ist mir auch ein bisschen zu viel. Das heißt, nehmen wir mal die kleinen deutlich runter. Die mittleren nehmen wir auch etwas runter. Und bei den großen Details kennt man da irgendwo eine deutliche Veränderung. Ich würde sagen, auch hier können wir auf einen ähnlichen Wert wie bei den mittleren Details gehen. Auch hier schauen wir uns das vorher, nachher noch mal an. Es ist zwar nur eine kleine Veränderung, vielleicht kann man das bei 100% etwas besser erkennen. Warten wir den Moment. Jetzt ist es scharf. Und dann gucken wir mal. Vorher und nachher. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt auf dem Rechner. Es ist eine ganz kleine Anpassung. Es ist auch nicht wirklich viel. Nachschärfen würde ich sagen, brauchen wir das eigentlich nicht. Man sieht jetzt hier wieder deutlich zu viel Rauschen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Dann können wir das hier wieder zumachen. Und gucken mal, was wir jetzt noch machen können. Jetzt müssen wir wieder einen Moment warten. Ihr seht, jetzt haben wir insgesamt fünf Bearbeitungen hier oben, die auf das Bild bis jetzt angewendet worden sind. Da lässt sich mal ein kleiner Break machen und wir gucken uns mal an vorher und das nachher Bild. Da ist es jetzt. Und ich muss sagen, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ja, was könnten wir noch machen? Wir könnten über den Filter Landschaft gucken, ob wir über Dunst entfernen, das Bild im Gesamten noch ein bisschen abgedunkelt bekommen. Also sprich, dass wir hier die Milchstraße besser erkennen können, also dass wir das Milchige rausbekommen. Und du siehst, was passiert. Jetzt müssen wir wieder einen Moment warten, bis das Bild scharf dargestellt wird. Jetzt ist es wieder scharf. Und ja, auch hier könnte man sagen, okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist das Vorher Bild, also bevor ich den Filter Landschaft hier und Dunst entfernen drauf angewendet habe. Und so sieht es im Nachhinein aus. Gefällt mir persönlich ganz gut. Ja, wie gesagt, dieser Grünschimmer hier, der ist so ein bisschen nervig, aber den kriege ich so auch nicht raus, wie ich das gerne gehabt hätte. Und ansonsten könnte man jetzt nochmal hergehen, könnte vielleicht nochmal das Entwickeln-Tool aufrufen und könnte gucken, ob man vielleicht nochmal über die Weißtöne, Schwarztöne arbeitet. Alternativ hat man natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze über na, wo ist es? Über dramatisch nochmal so ein bisschen anzupassen, auch über dramatisch könnte man hergehen und könnte, ihr seht, dass man auch hierüber nochmal die Milchstraße noch deutlicher gezeichnet bekommt, aber ihr seht auch, dadurch kriegen wir wieder sehr viel von den zusätzlichen Sternen hier rein, würde ich an dieser Stelle nicht machen, ich würde das Ganze über das Entwickeln-Tool machen, jetzt muss ich mal schauen, dramatisch kann ich hier oben weglöschen, gehe dann wieder zurück in die Werkzeuge und versuche das Ganze nochmal über die Schwarz-Weiß-Töne beziehungsweise man könnte es auch über den Kontrast nochmal versuchen, so eventuell Lichter würde ich an dieser Stelle nicht mehr mit reinnehmen, ich würde das tatsächlich jetzt so lassen, warten wir nochmal ab, bis das Ganze jetzt scharf dargestellt ist, so da ist das Ganze jetzt und dann würde ich sagen na vielleicht ist das doch ein bisschen viel, nehmen wir den intelligenten Kontrast ganz klein bisschen runter und dann gucken wir uns jetzt nochmal das vorher und das nachher Bild an und man sieht jetzt die Milchstraße doch sehr sehr deutlich und ja das wäre jetzt meine Bildbearbeitung für die Milchstraße in der Lumina Neo Beta ich werde sicherlich dieses Jahr wieder Milchstraße fotografieren und dann gucken wir uns das auch in der finalen Version von Lumina Neo dann an ob wir da vielleicht dann über die Ebenen und über die Masken noch mehr rausholen können dass das Ganze noch viel spektakulärer ausschaut du kannst mir gerne mal unter das Video posten wie dir diese Bildbearbeitung gefallen hat sagst du das ist zu viel des guten was wir hier von der Milchstraße sehen ja ich weiß mit bloßem Auge ist sie natürlich nicht so deutlich zu erkennen aber das ist natürlich unseren tollen Sensoren mittlerweile in den Kameras geschuldet dass wir die Milchstraße so schön zur Geltung bringen können wie gesagt ein Kommentar unter das Video wie dir das ganze gefällt würde ich mich sehr drüber freuen ich bin am Ende des Videos angekommen ich hoffe dass dir dieser weitere Einblick in die Lumina Neo Beta gefallen hat wenn dem so ist dann hinterlass mir doch bitte einen Daumen nach oben und wie eben schon gesagt einen Kommentar unter das Video das hilft dem Video es wird von YouTube erkannt und mehr Leuten vorgeschlagen dadurch kommen noch mehr Leute auf den Kanal und die Community kann weiter wachsen ist das jetzt das erste Video was du dir von mir anschaust dann vergiss bitte nicht den Kanal zu abonnieren und die Infoglocke zu aktivieren jedes Mal wenn ich dann ein neues Video veröffentliche bekommst du von YouTube eine Information darüber bist du auf den Geschmack gekommen möchtest auch mit Lumina Neo in Zukunft arbeiten dann schau mal in die Videobeschreibung dort habe ich dir einen Vorbesteller Link hinterlegt darüber kannst du das Programm vorbestellen das ganze ist natürlich noch eine Beta das heißt die Vorbestellung Lumina Neo soll im Februar diesen Jahres erscheinen du hast aber die Möglichkeit wenn du dir das Programm vorbestellst dass du dann diese Beta die zur Verfügung steht ausprobieren kannst ein Affiliate Link bedeutet du musst keinen einzigen Cent mehr bezahlen ich bekomme aber von Skylum eine kleine Provision wenn du über meinen Link dir dieses Programm zulegst auf die Art und Weise hast du die Möglichkeit mich und meine Arbeit hier auf dem Kanal ein klein wenig zu unterstützen ich sage Dankeschön Dankeschön fürs Zuschauen ich hoffe du guckst auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünsche dir einen schönen Tag einen schönen Abend oder einen guten Morgen und ich würde mich natürlich riesig freuen wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf bis dahin mach's gut und ciao